Grün oder Weiß? Ah, erste Frage! Äh, grün. Weil Kuck, Kuck des Trikots ist top. Couch oder Party? Ich, Sofa, immer. Ja, keine Party. Zuhause, Fernsehen. Top. Meisterschaft oder Pokalsieg? Beide. Was? Pokal. Warum? Fast nicht. Für mich beide. Ich muss sagen, eine. Dribbling oder Tackle? Kopfball ist gut. Kopfball? Dribbling. Assist oder Tor? Assist. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Warum? Urlaub, klar. Saison oder Fußball? Urlaub. Urlaub. Normal. Okay. Aber, äh, stimmt. Eistonne oder Sauna? Ich weiß nicht, was heißt Eistonne? Sonne. Es ist kalt. Ja, ja, Eis, ja. Sonne. Sonne? Ja, klar. Laufen oder Fahrradfahren? Fahrradfahren. Nimmer. Jokertor oder Startelf? Startelf. Ja? Ja. Ist besser, ich denke. Lieber. Lieber. Lieber 1 zu 0 oder 5 zu 4 gewinnen? 5 zu 4. Warum? Weil, äh, viele Emotionen. 4-4 und dann. 5-4, 90 Minuten. Boah! Sehr gut. Boah! Samstag, 15.30 Uhr oder Flutlichtspiel? Äh, lieber ein neues Game. Ja? Ja. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel, klar. Manchmal mit Fans hier, mit uns und so. Ecke oder Freistoß? Freistoß. TV oder YouTube? TV. Weil, äh, ich hab, äh, Französisch, äh, Ding. Was ist Französisch, äh? Sender? Sender, ja. Französisch, Sender. The Zone oder Sky? Beingsport. Ist Französisch. Kino oder Netflix? Netflix. Film oder Serie? Beide. Muss beide. Hast du eine Empfehlung? Äh, The Blacklist. Weißt du? Eine Serie. The Blacklist. Top. Top Serie. Pasta oder Pizza? Pasta? Pasta. Ich muss das sagen. Süß oder salzig? Salz. Ja? Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Pasta mit Butter. Essen gehen oder kochen? Selber kochen. Aber... Okay. Ja, äh, bitte nicht mehr. Ich kann nicht, äh... Berge oder Strand? Strand. Weil, äh... Ich bin, äh... Guadalupean. Karib, äh... Ein bisschen, äh... Meine Insel ist, äh... Mit viel, äh... Strand. Paris oder Wolfsburg? Paris. Ist meine, äh... Stadt. Normal. Anzug oder Jogginghose? Jogging. Linksaußen oder linker Verteidiger? Nein, nein, linker Verteidiger. Warum? Ist meine Position. Bundesliga-Debüt oder Champions-League-Debüt? Mein Bundesliga-Debüt. Okay. Ja. Meine erste Saison hier war für mich top. Date-Night oder Fußballabend mit den Jungs? Fußballabend mit den Jungs. Warum? Warum nicht? Okay. Jerome oder Russi? Russ. Russ. Ja, keine Russi. Okay. Ich denke noch an... Immer Russi. Nein! Russ. R-O-U-S... Äh... Oder Döbel-S. Okay. Russ. Auch geklärt. Ja. Nur noch Russ? Ja. Keine Russi. Wie Wolfi. Russ. Russ. Ja. 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 Ja.